Management studieren An der Hochschule Makromedia heißt das Praxis pur. Bei den Sport- und Eventmanagern am Campus München beginnt das zweite Semester mit einer Outdoor-Exkursion. Das eigene Erleben ermöglicht ein tiefes Verständnis, wie Managementprozesse funktionieren. Ein Best of the Learnings hier für euch als Reihe. Wir sind erfolgreich, wenn die jungen Leute hier verstehen, ich muss Systeme besser verstehen, dass ich meine Entscheidung nicht nur in der ersten, sondern auch in Folgekonsequenzen merkbar oder durchdenken kann überhaupt. Das bedeutet, wir üben hier Denken, bevor wir entscheiden. Wenn alle komplett in der Mitte sind, haben wir in der Mitte einmal, wenn alles so aufliegt, einmal einen Punkt und außen. Kannst du versuchen, aber meiner Meinung nach haben wir es untersucht. Die größten Probleme, die die Studierenden bei diesen Übungen haben, ist, die gelernten Punkte schnell umzusetzen. Wir haben so stark eingefahrene Muster, Verhaltensmuster, dass wir wirklich viel Energie und Zeit brauchen, um solche Muster rauszufahren. Stark! Stark! Berühren! Okay, ich könnte jetzt ja kurz und natt sagen, ihr habt völlig versagt. Habt euch Gedanken gemacht, warum das Ding nicht runter geht? Ich stör das Ding runter. Ichbeing runter. Entschuldigen. Untertitelung des ZDF, 2020